Hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Kompetenzen du für deinen Job in 30 Jahren brauchst? Wir wollen schauen, wie wir effizient und menschlich miteinander arbeiten können. Wir machen uns mit dir auf die Reise zu deinem Purpose und zu deinen wahren Potenzialen. Ich zeig dir, warum Systems Innovation wichtig ist, um deine Zukunft zu gestalten. Du bist hier, um jetzt zu lernen, wie Storytelling dich zukunftsfähiger machen kann. Sei jetzt dabei beim MOOC Future Skills und lerne, wie du deine Zukunftskompetenzen ausbaust.